Hallo, ich bin Viktoria und komme aus Arminien. Ich studiere an der Paluka Hochschule für Tanz Dresden im Studiengang Master Tanzpädagogie für modernen und zeitgenössische Tanz. Ich möchte euch gerne einladen zum Online-Master-Informationstag im Januar 2021. Während des ganzen Studiums hat man die Möglichkeit, mit vielen internationalen Studierenden, Tanzpädagogen und Choreografen zu arbeiten. Wir konzentrieren uns nicht nur auf die kreativen Prozesse, sondern auch auf die sehr präzise wissenschaftliche Arbeit. Sei dabei und wir freuen uns auf dich!